moin moin und herzlich willkommen zu da ist der tabletop show hier auf youtube mein name ist gregor und wir setzen heute die reihe zum thema war cry fort mit necromunda werden wir noch ein bisschen warten müssen da ist das nächste buch noch nicht erschienen das bedeutet wir sind auf dem aktuellen stand was necromunda lore angeht vielleicht mache ich noch mal ein paar videos zu einzelpersönlichkeiten vielleicht lohnt sich ein video zu kel jericho oder ähnliches aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem thema war cry und dem geschichten rund um und im knarrwald es ist ja zusammen mit huanschis jägern in der box die vor einiger zeit erschienen ist eine zweite fraktion wieder eine chaos fraktion rausgekommen und zwar der jade obelisk zu sagen dass der jade obelisk eine bande von chaos barbaren ist ist nicht so richtig zutreffend denn barbaren kann man sie eigentlich nicht nennen im gegensatz zu vielen von den banden die gerade in den ersten war cry boxen erschienen sind und gerade in den ersten einzelbanden die rausgekommen sind sind die angehörigen des jade obelisken schon kulturschaffende könnte man im weitesten sinne sagen denn sie sind hochbegabte steinmetze muss man ein bisschen vorgreifen die vorgeschichte des jade obelisken und wo die herkommen warum sie chaos anhänger sind der jade obelisk stammt ursprünglich aus den bergen tondias tondias ist so der kontinent auf dem sich die aktuellen ereignisse von warcry und auch des größeren kontextes von age of sigma abspielen sie stammen aus einer reihe von höhlen städten die wichtigste von denen ist wegsortzgol und während des zeitalters der mythen war wegsortzgol berühmt für seine steinmetz arbeiten berühmt für seine künste in der kristall bearbeitung adelige in asyr haben sich schmuck und kronleuchter und tatsächlich festungsverzierungen aus viridischem kristall machen lassen die allesamt in wegsortzgol hergestellt worden das war tatsächlich so eine stadt die berühmt war über die grenzen des reiches der bestie hinaus und sie sind aber ähnlich wie viele andere reiche der sterblichen zum beginn des zeitalters des chaos von sigma faktisch im stich gelassen worden sigma hat sich nach asyr zurückgezogen die reichstore nach asyr versiegelt und die restlichen reiche der sterblichen mussten sich alleine des ansturms des chaos erwehren wegsortzgol und ihre schwesterstätte diese höhlen städte unter den bergen von tonja sind primär von dämonen angegriffen worden man geht so ein bisschen davon aus dass es sich um dämonen des korn handelt so ein paar quellen sprechen da von roten kreaturen mit hörnern viele von ihnen mit schwertern großen flammenden schwertern bewaffnet das spricht schon sehr für korn dämonen und die meisten städte die meisten höhlen städte sind unter dem ansturm dieser dämonen gefallen die letzte stadt die sich noch gewährt hat war wegsortzgol selber aber die mauern der stadt wurden natürlich auch hier von dämonen brannt und standen eigentlich kurz vor der niederlage und es gibt aber und gab damals schon mitten in der stadt aber einen riesigen stein einen riesigen jade stein der vom könig der stadt mit allerlei runen und verzierung selbst versehen worden ist also das große denkmal der stadt der große beweis der macht der bewohner von wegsortzgol dieser riesige jade stein stammt aber selber gar nicht aus diesem gebirge der ist irgendwann unter großen mitteln unter einsatz von auch wohl viel geld herangeschafft worden um das krönende beispiel für die künste der bewohner zu werden und als die not dieser stadt am größten ist fängt dieser stein plötzlich anzusprechen dieser riesige jadeblock fängt an in den köpfen der bewohner der stadt zu reden und durch die diese stimme wird ihnen versprochen dass man ihnen doch helfen könne dass man doch bereit wäre sie von ihrem leid zu lösen sie vor diesen dämonen zu schützen und dass der stein einen abgesandten schicken würde der ihnen praktisch sagen würde was zu tun sei und so kriecht aus dem stein eine merkwürdige kreatur hervor hat so ein bisschen innigkeit mit einem vogel hat einen langen seltsam aussehenden schwanz hat einen kopf mit schnabel die haut ist rau wie unbearbeiteter stein und diese kreatur spricht offenbar für den stein sie ist so eine art bote oder herold und sagt dass der stein opfer braucht um zu alter macht zurückkehren zu können im idealfall und so den bewohnern wechselt goals die macht zu geben die dämonen abzuwehren und die bewohner sind verzweifelt wie so viele menschliche oder sterbliche völker während des zeitalters des chaos und sie akzeptieren dieses angebot oder diese forderung und sind bereit einen teil der eigenen bevölkerung zu opfern und sie diesem stein als opfer darzubringen den opfern werden die herzen aus dem leib gerissen und an diesen vogel ähnlichen herold verfüttert und mit jedem herz was dieser herold was diese kreatur verschlingt fängt dieser jadeblock stärker an zu strahlen zu leuchten und irgendwann kommt der punkt da ist offenbar die menge an opfern ausreichend und es gibt eine riesige lichtexplosion die jeden bewohner der stadt trifft unglaubliche schmerzen verursacht aber als diese schmerzen abklingen stellen die bewohner fest dass ihnen neue kraft gegeben ist dass ihre haut und ihre knochen viel viel stärker viel viel härter sind sie schmerzen kaum noch empfinden und dass selbst die alten unter ihnen kaum noch von dieser last des alters wie man so schön sagt gebeugt werden und so schaffen sie es diese dämonen zurück zu schlagen abzuwehren und ihre stadt zu retten aber dieser sieg und diese gaben kommen natürlich zu einem hohen preis denn der stein oder wie sie ihn jetzt nennen der sprecher im stein verlangt von ihnen weiterführende opfergaben und er verlangt von ihnen dass alles was anderen göttern dient anderen götzen dient dort draußen in der welt niedergerissen werden muss ersetzt werden muss durch obelisken des praktisch dieses neuen kultes der da gerade entsteht zur ehren des sprechers im stein man geht so ein bisschen davon aus dass mit jedem errichteten obelisken mit jedem götterbild oder jeder praktisch von anderen gläubigen erschaffenen struktur die niedergerissen wird die macht dieses sprechers im stein wächst man weiß nicht genau was ist der sprecher im stein ist ganz stark davon auszugehen dass das ein dämon des 10 sein könnte ein größerer dämon sogar der irgendwann in diesen jadeblock gebannt wurde und der eben nicht befreit werden kann indem man den jadeblock einfach zerschlägt sondern der an macht so weit gewinnen muss dass er sich selbstständig aus diesem stein befreien kann und seine neue anhängerschaft die sich jetzt tatsächlich auch denn als das volk des jade obelisken bezeichnet stellt fest dass sie einerseits an macht gewonnen haben an stärke gewonnen haben dass ihre priester in der lage sind eine form von stein magie zu wirken und gegner teilweise in lebendige statuen aus jade zu verwandeln aber dass praktisch jeder angehörige des kultes anfängt ganz ganz langsam zu versteinern dass sie nur durch opfer an den sprecher im stein diesen prozess bremsen können dieser prozess setzt beinahe zu allen angehörigen des kultes sehr schnell ein und das erste was sich bemerkbar macht ist dass ihre gesichter sich verhärten zu stein werden zwar trotzdem beweglicher stein sondern sie können sprechen und ähnliches aber dass die gesichter so nach und nach bröckeln wie verwitternder stein der von dem zahn der zeit zernagt wird und das sorgt dafür dass die angehörigen des kultes anfangen nach und nach alle masken zu tragen masken aus jade oder wenn nichts anderes verfügbar ist auch aus anderen gesteinsformen nicht unbedingt edelstein aber lapis lazuli jet und ähnliches wird auch verwendet bevorzugt sind aber masken aus jade und die stärke des jade obelisken sorgt dafür dass sie recht schnell die gebiete rund um ihre ursprüngliche höhlenstadt erobern können dass andere siedlungen niedergerissen werden dass götterbilder götterdarstellung und tempel zerschlagen und zu staub zermahlen werden und an ihrer stelle neue obelisken errichtet werden und so die macht des sprechers im stein sich ausbreitet und der sprecher im stein zeigt sich neben dieser stärke die angehörigen des kultes haben erkenntlich indem er ihnen so eine art dämonische vertraute leid oder schenkt diese sogenannten idolarks sind kleinere versionen des heroldes also dieser kreatur die als erste aus dem stein erschienen ist auch wieder vogel ähnlich sind in der lage magie und andere von ordnungszaubern oder von der ordnung geleitete wesen zu erspüren und den jade obelisken darüber zu informieren davor zu warnen und so zieht der jade obelisk aus und irgendwann dringen natürlich auch geschichten über die ruinen von thalaxis im knarrwald an die ohren der nefrit priesterschaft also der herrscherkaste des jade obelisken und am anfang will die priesterschaft das noch ignorieren weil es weit weg ist und für sie eigentlich nicht wirklich relevant aber die vision die ihnen der sprecher im stein schickt und die stimme die er in ihren köpfen erklingen lässt ist von einer ungewöhnlichen wut erfüllt offenbar stört ihn thalaxis und die schöpfung der der seraphon mehr als die meisten anderen götzenbilder oder die anderen gläubigen und und götteranhänger und so rufen die nefritpriester einen großen feldzug aus der jade obelisk soll armeen in den knarrwald schicken sollen die ruinen von thalaxis finden und zermalmen die bilder der slan und der alten niederreißen und ihre magie zerschlagen der jade obelisk bricht auf und die reise durch die weiten tonjas ist natürlich auch für diesen kult verlustreich am ende erreichen aber auch sie den knarrwald und aufgrund dessen was vermögen was stein magie angeht kommen sie überraschend weit sie schaffen es sich in bestimmten ecken des knarrwaldes die eigentlich von wandel magie stark durchdrungen sind sich einzunisten in ecken in denen viele andere kriegerbanden überhaupt keinen fuß in die tür kriegen sie errichten auch da ihre obelisken und schaffen es damals ein stück weit diese wilde magie zu bändigen und spricht ja viel dafür dass eben weil sie anhänger des zehns sind auch wenn ihnen das nicht bewusst ist dass sie diese wandel magie diese magie die veränderung die ganz ganz stark zu zehnsch passt dass sie die zwar nicht kontrollieren können aber zumindest dafür sorgen können dass sie ihnen nicht so weit schadet wie sie es bei anderen kreaturen tut und das bringt ihnen einen vorteil und genauso von vorteil ist für sie natürlich diese gehärtete haut die jeder von ihnen hat diese panzerung aus stein die sie tragen denn die blasrohre von huan chis jägern haben es schwerer durch diese panzerung zu dringen sie die üblichen gift effekte wirken seltener wirken schwächer und so wird es immer mehr zu einem ja man könnte fast sagen zweikampf zwischen diesen beiden gruppierungen der häufig stattfindet ohne dass die anderen gruppierungen und anderen kriegerbanden im knarrwald überhaupt etwas davon mitbekommen nichtsdestotrotz jedes bruchstück der ruinen von thalaxis dass der jade obelisk findet wird von ihnen zerstört sie haben riesige steinmetz hämmer dabei sie haben hammer und meißel dabei sie haben eigentlich alles dabei was steinmetzer an werkzeug brauchen haben es zu waffen umfunktioniert und nutzen ist um alles zu zerstören was ihnen in den weg kommt und was auch nur im ansatz nach zivilisierten bauwerken und vor allen dingen nach bauwerken der ordnung aussieht und umso mehr genießen sie es natürlich wenn sie irgendwelche angehörigen der huanschis jäger habhaft werden können sie das ging es irgendwie in die finger kriegen sie ebenfalls in diese jade statuen zu verwandeln und dann und das ist etwas das tun sie seit praktisch bestehen dieses kultes fertigen sie aus diesen lebenden statuen neue waffen und neue rüstungsteile für sich selber das bedeutet die statuen werden eine weile stehen gelassen man weidet sich an ihrem leid denn eine zeit lang zumindest sind auch die seelen in diesen statuen gefangen und erst wenn das verklingt wenn dieses schreien der seelen erlischt und die seele offenbar den weg ins totenreich gefunden hat oder wo auch immer die jeweilige seele des opfers hingeht erst dann werden diese statuen auseinander genommen und wiederverwertet und mit dem thema wiederverwerten schließe ich das heutige video dann auch erst mal ab ich werde demnächst mal gucken dass ich dann zu den neuen banden das bedeutet jetzt diese diese krieger mönche diese vampir krieger mönche und zu karanax clown also einem chaos kultes korn noch videos mache dann müssen wir schauen wie es weitergeht wofür ich dann einfach auch den kopf und die muße habe für mich geht es im april nach nordengland und dort geht es hoffentlich dann auch einmal nach nottingham damit ich mir die warhammer world angucken vielleicht wird das irgendwie auch noch teil eines dieser videos gut das soll es von mir für heute gewesen sein ich bedanke mich bei euch fürs zuhören sage tschüss und bis zum nächsten mal du möchtest die tabletop show da ist supporten und gleichzeitig dein auftreten am spieltisch pimpen mit dem da ist merchandise kein problem du steigst beim kauf von shirts und spielutensilien nicht nur in den style olymp auf du unterstützt damit auch da ist und hilfst dabei mit tabletop great agent zu machen also zeigt einen mitspielern wo der da ist hängt und lege das schwarz an das ist so ver